Hallo liebe Leute, so ist es mit der Technik. Leider ist jetzt bei diesen wahnsinnigen Temperaturen ausgestiegen, aber jetzt seht ihr mich ja doch noch, wenn mich noch einer sieht, wenn überhaupt einer drauf ist. Aber ich verspreche euch, dass wir das letzte Rennen quasi euch zeigen werden. Es ist jetzt offiziell angekündigt um 18.25 Uhr bei der Thomas, der Veranstalter, der hat gesagt, die werden es jetzt alles ein bisschen verdichten, weil die Leute alle da raus gehen, und weil die so wahnsinnig krank waren, werden die uns dann in dem ersten Fried erleben, wie wir da im Kreis rumfahren wie die Döden. Bis dahin, tschüss! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.